Wer ist der reichste Minecraft-Spieler? Viele Menschen spielen Minecraft, aber welcher Mensch, der Minecraft spielt, hat das meiste Geld. Viele YouTuber, die Minecraft spielen, verdienen viel Geld, aber lange nicht so viel wie der reichste Minecraft-Spieler. iCrymex zum Beispiel verdient teilweise über 200.000 Euro im Monat und er spielt Minecraft, aber wie viel verdient der reichste Minecraft-Spieler? Um herauszufinden, wer der reichste Minecraft-Spieler ist, habe ich erstmal geschaut, welche Milliardäre Minecraft spielen und habe aber keinen gefunden, der gesagt hat, dass er Minecraft spielt. Die meisten Milliardäre arbeiten nämlich lieber und sind draußen statt zu spielen. Woher sollten sie sonst ihr Geld haben? Aber dann ist mir aufgefallen, der Gründer von Minecraft hat Minecraft für 2,5 Milliarden Dollar verkauft. Das heißt, Notch, also Markus Persson, ist Milliardär und da er der Gründer von Minecraft ist, hat er auf jeden Fall schon mal Minecraft gespielt. Der reichste Minecraft-Spieler ist also sogar Milliardär. Denkt ihr, es hat schon eine noch reichere Person Minecraft gespielt? Abonniert und jetzt tschüss.